Hallo aus dem Jordanpark, ich bin Anna und das ist eine Minute WJT. Der Jordanpark wurde 1889 als erster öffentlicher Spielplatz in Krakau gegründet und ist einer der ersten dieser Sorte in Europa. Der Park befindet sich neben den Bronia Wiesen, der Ort, an dem die Eröffnungszeremonie, das Papst Willkommen und der Kreuzweg stattfinden werden. Er wird für die Pilger als einer der Orte, an denen die Beichte gehört wird, geöffnet sein. Lasst uns nun sehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Peregrination der Symbole des Wildjugendtages, das Kreuz und die Ikone unserer Mutter, hat in der Erzdiözese von Krakau begonnen und wird bis zu den Veranstaltungen des Wildjugendtages andauern. Die Wanderschaft der Symbole startete mit einer Willkommenszeremonie am 20. Mai im Sanktuarium des Heiligen Johannes Paul II. Die Symbole waren während der offiziellen Exerzitien mit uns und mit der ganzen Welt im Sanktuarium der Beherzigkeit Gottes in Wagypniki anwesend. Junge Menschen aus verschiedenen Gemeinschaften trugen die Symbole auch bei der traditionellen Vergleichnamsprozession. Das Kreuz und die Ikone haben außerdem zum ersten Mal Morski Oko, zu deutsch Meeresauge, besucht. Das ist einer der schönsten Seen in Polen und befindet sich in den Tatra-Gebirgen. Während der Wanderschaft werden die Symbole 45 Dekanate, ca. 200 Kirchen und Kapellen, 50 Schulen, mehrere Krankenhäuser, ebenso wie Gefängnisse und Erziehungseinrichtungen in der ganzen Erzdiözese besuchen. Diese Woche hat ein Treffen der polnischen Regierung und der katholischen Kirche für die Vorbereitung des Besuchs von Papst Franziskus und des Weltjugendtages in Krakau stattgefunden. Während des Treffens sagten die Verantwortlichen und die Experten, dass die Institutionen und Dienste, die die Veranstaltung organisieren, ihre Vorbereitung beenden und mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beginnen. Über 20.000 Polizisten, 2.400 Feuerwehrbeamte und 1.500 Sicherheitsbeamte der Regierung wurden für den Weltjugendtag geschult. In der Geschichte von Polen hat es bis jetzt niemals einen so großen Polizeieinsatz gegeben. Es wurden zusätzliche Ladestationen für Mobiltelefone in Przegi und an den Krakauer Bonia-Wiesen installiert, um das Kommunikationsnetz aufrecht zu erhalten. Einer der wichtigsten Kommunikationsmittel mit den Teilnehmern des Weltjugendtages wird die kostenlose Telefon- und Informationsbörse für die Besucher von außerhalb von Polen sein, unter der Nummer PLUS 987. Für weitere Informationen schau auf unsere Website. Das war eine Minute WGT mit unseren News für euch. Danke, dass ihr in euren Gebeten an uns denkt. Wir freuen uns auf euch in Krakau. Danke, dass ihr in Krakau.